yo boys live streamerino ist gleich online und ja es ist silvester fast neujahr und wie gestern schon ankündigt werde ich ein bisschen streamen wie lange weiß ich nicht ja keine ahnung schaut einfach vorbei wenn ihr lust habt wenn ich ist auch egal ist nicht schlimm wenn ihr überhaupt da seid wenn ich dann seht ihr das wahrscheinlich auch gar nicht egal jedenfalls schon einfach vorbei würde mich freuen wenn ich dann war es schon wir sehen uns